Wird Ihnen präsentiert von Die Joyeux, mein Pool Wir sind die Firma Greenboat Solutions, wir kommen aus Berlin und wir helfen Bootsbesitzern dabei, den passenden Elektromotor fürs eigene Boot zu finden. Wir haben damals selbst angefangen und wollten den passenden Elektromotor für unser Boot finden. Aber es war gar nicht so einfach, vor allem wegen den technischen Schwierigkeiten. Man muss sich da schon ein bisschen genauer auskennen. Bei uns läuft das Ganze alles digital ab. Wir sind quasi ein Vergleichsportal im Internet, aber wir helfen natürlich auch gerne persönlich weiter. Und dann sieht es hier so aus, dass man die Eingaben zum eigenen Boot tätigen kann. Wie groß ist das Boot? Wie schwer ist das Boot? Was hat es für einen Motor drin? Und natürlich, wie lange will man mit dem Boot fahren? Und dann geht es weiter und dann zeigen wir hier quasi, welche Motoren gibt es in dem Bereich und bieten da eine grobe Orientierung. Und helfen dem Nutzer dabei, das perfekte System für das eigene Boot zusammenzustellen. Der Markt mit den Elektromotoren entwickelt sich gerade sehr rasant. Es gibt auch erste Fahrverbote in den Bereichen. Es gibt auch schon viele Seen, zum Beispiel in Österreich, auf denen keine Verbrennungsmotoren mehr fahren dürfen. Von daher ist das eine ganz klare Richtung. Und auch weil die Batterien und die Elektromobilität ist einfach deutlich nachhaltiger. Die CO2-Emissionen sind deutlich geringer. Und auch technisch sind die Motoren wesentlich effizienter und deswegen gibt es den Aufwärtstrend nach vorne. Meine Prognose ist, dass bis 2030 alle Boote mit regenerativen Energien unterwegs sind. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeaux – mein Pool Die Joyeaux – mein Pool Die Joyeaux – mein Pool